Da sitzt ja einer. Ja. Jetzt würde ich gerne Italienisch sichern. Full, gell. Oder noch gar ein Bier. Du hast da einen Haken ausgelassen. Alter. Da. Ja mei. Das ist ja wirklich Gehgelände. Mhm. Aua. Das ist ein bisschen geschissen. Geht schon. Vertage schiessen nicht. Ja. Epa. Blaug das ich. Ja schon. Ja vor allem wenn man Griffe besiegt. Ja. Zu geil ein wenig. Ja ja. Da werden wir nicht fliegen. Doch Vollgas. Ja da habe ich mit rechts sowas genommen. Und dann ist da direkt drüber auch eine Henkelfarbe. Ja fix. Na gut. Dann nehmen wir ihn wohl auch mit rechts wie du sagst. Da kann man mit rechts aber nicht so schlecht stehen da oben. Du musst ja viel mehr mit deiner Haxen arbeiten Julian. Bist nur neidisch auf meine Unterarm. Der ist nur neidisch auf meine Unterarm. Der ist nur neidisch auf meine Unterarm. Brauchst du ja viel mehr Kraft? Jawohl ich weiß es. Dann habe ich gleich Training auch drin. Ist doch Leibund. Nicht man. Hast du recht. Ich will ja auch ein bisschen Werksachen zu bereiten. Ich weiß es. Ich bin im Spiegelgrad mit Linzüge im Acker. Und du kommst nicht weit. Haha. So. Aber siehst du was ich meine? Das schaut doch wunderschön aus da. Alter. Ja vor allem in der Sonne. Tor. Ist das weiterhin recommendation? Oh *** Okay. Okay. Magnus Top. Ab. Langsam. Weiter. Stopp. Ich glaube ich komme rechts runter. Weiter. Stopp. Gut.